Clear for takeoff, runway 142 Clear for takeoff, das habt ihr jetzt gehört, ne? Jetzt haben wir clear for takeoff, so jetzt können wir auch gehen Ja, das ist auch noch ein kleiner Grafikfehler So, wir fliegen jetzt mal Richtung Stadt Wie gesagt, Ruderprobleme, alles gut So, fliegen wir mal Richtung Stadt Drs. Jäggsäte , Drs. Patrick Jäggsäte Werble Der